Morgen, liebe Werder-Fans. Morgen ist Spieltag und 4000 Werder-Fans werden nach Freiburg reisen. Ich hoffe, ihr macht da ordentlich Stimmung und dass wir unsere Jungs zum Sieg peitschen. Mein Tipp, ein 2-1, oder ein 2 muss ich denn sagen, ist ja ein Auswärtsspiel, macht da richtig Alarm. Ich glaube nicht, dass die Aufstellung sich großartig ändern wird. Vekovic fällt krankheitsbedingt auf, stark ist wieder da, wird die Position bekleiden und dann werden die genauso spielen wie gegen Bayern, da ändert sich nicht großartig was. Wir haben wieder einen Spieler verloren, Manuel L. Bomm, der ist nach Dänemark gewechselt, nach Vierburg FFF für 0 Euro, da kriegen wir nicht 1 Cent. Elversberg möchte ganz gerne, wollte Male wieder ausleihen, Werder wird das wohl ablehnen, wollen ihn selber behalten. Im Vöhlkrug, der hat das Training verpasst, aufgrund Belastungssteuerung ist angegeben worden. Ob da noch ein Wechsel kommt, ich vermute mal nicht. Was soll das Werder bringen, wenn dann zum Beispiel Frankfurt, die bieten jetzt angeblich 10 Millionen. Und was willst du mit 10 Millionen anfangen? Ganz ehrlich, du hast einen Spieler, der ist viel mehr wert, du musst einen neuen Spieler davon kaufen, Geheimniszustellen, den musst du noch in die Mannschaft einfügen, für 10 Millionen gibst du den besten Spieler, den du hast doch nicht ab. Also wenn schon, da kommt noch einer um die Ecke, gibt jetzt wirklich die 20 Millionen, oder wir behalten den, was soll das Kost vom Tore-Schluss noch bringen. Da wäre da nur Nachteile von, und wenn die Summe nicht stimmt, behalte den lieber, dass er uns ein paar Tore bringt, dass wir nicht absteigen. Das ist ja meine größte Angst dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten ist Fülle noch vom Bild zum Aufsteiger des Jahres gewählt worden. Genau, und das Frankfurter Lächerliche Angebot, das werden die hoffentlich ablehnen, ich hoffe es. Dann gab es noch einen riesen Streit scheinbar gewesen, mit einem U19-Talent, was womit spielen durfte, mit Cyprus Angelidis, das ist ein Torwart, und der ist wohl mit Jung aneinander geraten. Ich weiß nicht, ob die Deich-Studie das jetzt ein bisschen größer aufbaut, als wie es gewesen ist, ich vermute es mal, aber jedenfalls hat der Junge wohl keinen Ball halten können, und dann ging es da wohl richtig im Training zur Sache. Gut, da soll eine Beleidigung geflossen sein, so wie das berichtet worden ist. Da muss natürlich intern, natürlich, das geht gar nicht, hoffe ich, dass sie sich natürlich was einfallen lassen, dass er das wieder gut machen muss, Strafzahlung leisten, am besten Karaorik singen, nackt unter der Dusche, und dann ist die Sache gegessen. Dann sind nochmal die Hauptsponsoren, also vom Trikot, was vorne an der Brust drauf ist, das ist die Platzierung, was die einzelnen Vereine der ersten Bundesliga dafür gekriegt haben, veröffentlicht worden. Wer da steht da auf Platz 8? Wir kriegen 7 Millionen. Im Vergleich zu Bayern München, die stehen auf Platz 1, die kriegen 50 Millionen, da kann man nochmal zurückblicken, auf das letzte Spiel sehen, wie groß da die Unterschiede in Sachen Kohle ist. Ja, so, ansonsten ist Cater auch noch krank, der wird nicht mitspielen, dass, ja, Salifu ist doch der einzige Spieler, den wahrscheinlich jetzt unbedingt abgegeben werden soll. Ansonsten glaube ich nicht, dass dann auch irgendjemand den Verein verlässt. Ich glaube, der Kader wird so bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass wir noch irgendwas verpflichten. Wenn ich mal sehe, dass Werder dieses Jahr 2 Millionen für Transferlöse ausgegeben hat und quasi 7,31 Millionen eingenommen hat, sind die unter ihren Erwartungen geblieben. Die mussten viel mehr einnehmen. Angeblich ja was zwischen 15 und 20 Millionen. Glaube ich nicht, dass da was kommt. Auch wenn der Trainer zehnmal sagt, da kommt noch irgendwas, da wird nichts mehr kommen. Glaube ich nicht. So, wir haben nämlich Zugänge gehabt, den Sene Lünen, der hat einen Marktwert von 4 Millionen, haben wir 2 Millionen für bezahlt. Navicator, einen Marktwert von 12 Millionen, haben wir ablösefrei gekriegt. David Konanski, 3,5 Millionen, von Düsseldorf geholt, ablösefrei. Oliver Birk war Leihrückkehrer, Nicolai Rapp, Leihrückkehrer, Nicolai Rapp, Leihrückkehrer, Kuhun Park, den wir ja auch schon wieder verkauft haben, Leihrückkehrer, Yannick Engelhardt, Leihrückkehrer, Oskar Schönfeldt, Leihrückkehrer, Yassin Gimmar, Leihrückkehrer. Und Abgänge hatten wir. Niklas Schmidt, Transfermarktwert, 2,5 Millionen, 2,5 Millionen von FC Toulouse angeblich gekriegt. Das sind hier alles Zahlen von Transfermarkt, die habe ich runtergeladen. Dann haben wir, das tat mir in der Seele weh, dass wir den Jungen abgegeben haben, Fabio Cardirola, also das fand ich unmöglich, dass wir den abgegeben haben, Marktwert eine Million, haben wir von Gladbach angeblich 2 gekriegt, angeblich waren die Verträge so, der Junge wollte weg, konnte Wetter angeblich nicht halten. Fand ich zum Kotzen, musste ich ganz ehrlich sagen. Das ist genau wie die im Buch hängen, der hat einen Merkwalt von 3,5 Millionen, haben wir von Birmingham 1,5 Millionen gekriegt. So, wenn ich das sehe, dass die Jungs so verscherbelt werden, dass sie nicht wirklich eine vernünftige Einsatzchance kriegen. Wenn du von den Jungs wenigstens einer dabei gehabt hättest, den du dann wirklich oft eingesetzt hättest, aber da war nicht einer großartig bei. Dann haben wir Yannick Engelhardt, der hat einen Marktwert von 1,2 Millionen, ist nach FC Freiburg gewechselt für 900.000, das ist auch unterm Marktwert. Oskar Schönfelder 250.000, nach Jens Regensburg gewechselt für 260.000. Der Kühn-Hünen-Park, der hat 250.000 Marktwert, ist nach Dresden gewechselt für 150.000. Ja gut, das kann man machen, so doll war der nicht. Der Jens Manuel M. Baum, hat einen Marktwert von 800.000, wie gesagt, den gehen wir jetzt für 0 Euro nach Dänemark ab. Ja, kriegen wir nicht einen Cent, verstehe ich nicht, aber gut. Den Aaron Dinchy, der haben wir eine Leihe gemacht, hat einen Marktwert von 1 Millionen, weiß ich nicht, was es da an Leihegeld gibt. Dann hatten wir nach dem Mio Backhaus, der hat einen Marktwert von 300.000, den haben wir auch rausgeliehen, nach FC Fulham. Und dann haben wir nach Maximale Philipp, der hat einen Marktwert von 2 Millionen, da war Leihe Ende, deshalb Wolfsburg zurückgekehrt, beziehungsweise jetzt unseren nächsten Gegnern nach Freiburg gewechselt. Und er wird wahrscheinlich auch ein Kader spielen und gegen uns wahrscheinlich ein Tor machen. Also ich denke mal, Werder wird da 1-2-1 machen, um die Scham von den letzten Spielen wieder gut zu machen. Das letzte Spiel, was wir hatten gegen Freiburg, am 16.04., hat Werder 1-2 verloren. Das wollte ich aber nochmal anmerken. Das Spiel ist wie gesagt, morgen am Samstag um 15.30 Uhr. Ich habe mir nochmal die Kaderwerte angeguckt. Der Kaderwert von Freiburg sind 164.580.000. Die haben einen Transferüberschuss erwirtschaftet, diese Saison, von 34,3 Millionen. Die spielen im Europark-Stadion, es passen 34.700 Leute rein und davon wird Werder 4.000 Plätze voll belegen können. Das heißt, 30.700 Menschen gegen 4.000. Ich hoffe, wir machen mehr Stimmung wie die und wir peitschen unsere Leute zum Sieg. Wir müssen die antreiben. Weil wenn man die letzten Spiele gesehen hat, da ist viel Luft nach oben, da sind noch so viele Pannen drüber. Es wird ja berichtet intern, dass da ein Riesenunfrieden drin ist in der Mannschaft. Ich hoffe, dass sie das jetzt umdrehen können und dass sie jetzt endlich mal zu einer Mannschaft zusammenwachsen. Aber wer weiß. Wenn es jetzt wieder eine Niederlage geben sollte gegen Freiburg, dann fängt langsam an, der Tambom zu brennen. Wir haben die ganze Rückrunde aus der letzten Saison total grottenschlecht gespielt. Wenn es danach gegangen wäre, wären wir fast abgestiegen, hätten wir die Punkte nicht gehabt. Wir haben das Spiel gegen den Drittligisten verloren. Wir haben das Spiel gegen Bayern München verloren. Wo immer herausgeredet sich wird, das ist ja FC Bayern, da kann man ja auch gegen verlieren. Andere Mannschaften verlieren da auch gegen. Das ist ja schon eingeplant. Nein, ist es nicht. Wir müssen gegen jeden Spieltag, gegen jede Mannschaft, egal wer da kommt, müssen wir antreten, als wenn wir da sagen, wir holen unsere drei Punkte. Es ist egal, wer da kommt. Man könnte sich auch sagen, Bochum müsste theoretisch schlechter sein als Spieler, dann müssen wir unbedingt unsere drei Punkte holen. In Bayern dürfen wir dann verlieren. Nehmen wir auf den Kouch zurück, mache ich nichts. So, und dann Bumms und passiert ist, verlierst du gegen Bochum, weil die den kämpfen und ackern und Bayern schenkst du dann quasi ab, weil du sagst, dann geben wir ja sowieso nie mehr was. Das kann es doch nicht sein. Ich muss von jedem Gegner hinfahren, beziehungsweise jeder, der kommt, und dann muss ich dagegen kämpfen, beißen und sonst was machen, so wie ein Drittligist das gegen uns gemacht hat. Also das sehe ich nicht, dass Werder das aktuell macht und deswegen werden wir da auch nichts holen, wenn wir das nicht heute Morgen machen. Ich hoffe, dass sie morgen kämpfen, fighten, weiß der Geier was, beißen, Dreck fressen, wie man früher sagte und dann, dass sie das spielen. Von der Aufstellung her, ich glaube nicht, dass sich das großartig ändert. Wie gesagt, da wird Veljkovic, der ist krank, der fällt raus, der stark, der wird eingewechselt und dann spielen die genauso, wie sie gegen Bayern gespielt haben. Das einzig Gute ist, dass Freiburg selber noch Probleme hat. Also dass wir da hoffen, dass wir da noch ein paar Punkte ziehen können. Eingespielt sind sie jetzt aktuell nicht. Die haben sehr viele Leute abgegeben. Du kannst nur auf sowas hoffen, dass da ein paar Störfelder drin sind. Aber Werder wird meiner Einschätzung nach, Stand jetzt, weil das jetzt so ein bisschen komisch läuft, dass die werden unten mitspielen. Und wenn ich eine sogenannte Prognose abgeben darf, wo die am Ende landen werden, dann könnt ihr selber mal in den Kommentaren selber mal reinschreiben, wo ihr Werder seht. Aber ich sehe Werder auf Platz 16 dieses Jahr. Mein Tipp ist, dass das Leipzig Erster wird, dass Bayern Zweiter wird, Dortmund wird Dritter. Dann kommt Marc von mir aus, weil ich Leverkusen mit vier kommen. Und unten, das wird vielleicht, ich glaube, Bochum wird uns mehr überraschen als alles andere. Aber am Ende sind sie dann doch Platz 17. Ja, und 18. Ich tippe dieses Jahr auf Stuttgart. So. Gebt mal eure Tipps in die Kommentare ein. Wer steigt auf? Wer steigt ab? Das würde mich mal interessieren. Wie tippt ihr das Spiel gegen Freiburg? Seht ihr da eine Chance für uns? Denkt ihr, dass die Aufstellung komplett neu durchwürfeln, dass sie mal mit Dreiersturm spielen, wie sie es angeblich in der Vorrunde geübt haben? Teilt das Video, macht die Glocke an, gebt ein Like nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Für den Werder-Kanal, ich lasse das erstmal auf diesem Kanal hier erstmal zusammen. Das geht immer so als allgemeine Info, wo ich auch die anderen Sachen bringe. Es ist aber auch früher oder lang angedacht, einen eigenen Werder-Kanal vielleicht zu machen. Ich weiß nicht, ob das noch in dieser Saison stattfindet, je nachdem, wie das Budget hier bei mir ist. Aber ich überlege, hier einen extra Raum für zu gestalten. Ja, vielleicht packe ich auch unten mal einen PayPal-Spendellink rein, in den Kommentaren, wie das andere auch machen. Wenn ihr den Kanal ein bisschen supporten wollt, dann habt ihr da auch mal eine Möglichkeit. Ja, ansonsten verabschiedige ich mich. Wir werden uns sicherlich nach dem Spiel nochmal wiedersehen, in der Hoffnung, dass wir das dann gewonnen haben. Ich bin ja kein Mensch, der gerne unentschieden spielt, also wenn schon den Haupt oder Top. Also, Jungs, holt die drei Punkte, rockt das Stadion und kommt mit guter Laune nach Hause. Sonst pisse ich im Strahl. Ich sag euch das, ey.